hallo und herzlich willkommen liebe wagen zu einem weiteren video von mir heute geht es darum kein kontakt zu deiner liebe schauen wir uns erst einmal eure allgemeine situation an was das problem ist und dann werde ich nach und nach sei es dich liebe wagen anschauen was an sich das problem zwischen euch ist warum du mit deinem herz menschen in dieser situation bist und ja was du fühlst beziehungsweise was die geistige welt dir vielleicht an hinweisen gibt wie du besser damit umgehen kannst es gibt zu diesem video ein extended das heißt eine ausführliche version dort werden wir dann ganz genau schauen was dein herz mensch momentan gerade fühlt wie es ihm geht was er möchte und ein potenzielles outcome ja wunderbar so ich beginne meine lieben wagen los geht's kein kontakt zu deiner liebe schauen wir uns genauer an ich höre schon es ist eine sehr große leidenschaft zwischen euch eine sehr große attraktion doch ihr also es gibt ja mehrere story lines ich höre für einige wagen trifft es zu dass sie sich schon länger oder lange nicht mehr gesehen haben für andere die haben eine nachricht bekommen von ihrem herz mensch die sie etwas vor den kopf gestoßen hat für andere höre ich wieder sie haben ein ultimatum bekommen von ihrem herz mensch es geht definitiv liebe wagen egal welche storyline ihr habt es geht um entscheidungen ja die geistige welt flüstert mir auch zu große sehnsucht ihr verspürt sehr sehr große sehnsucht zu eurem herz menschen er oder sie ist für euch geborgenheit eine schulter zum anlehnen ich höre es kann könnte natürlich auch ihr sein für euren herz menschen jedenfalls sehe ich entweder ihr liebe wagen beziehungsweise euer herz mensch aber ich glaube er ist seit ihr möchte den herz menschen erreichen zu ihm fahren ich höre teilweise es ist sogar der herz mensch befindet sich in einem anderen kontinent in einem anderen land einer anderen stadt es ist gerade kein vorwärts kommen es erscheint euch liebe wagen ja wie als wüsstet ihr wirklich nicht wie ihr diesen euren herz menschen erreichen könnt und es am besten anstellt ja dieser herz mensch ist für euch wie die sonne erwärmt euch er oder sie mit seiner bloßen anwesenheit ich höre ihr schaut dem herz menschen in die augen und ihr fühlt euch zu hause ja sehr geborgen gut aufgehoben meine lieben es kann gut möglich sein dass euer herz mensch momentan nicht so ausgeglichen ist innerlich ja das heißt er legt vielleicht oder hat in der vergangenheit eure wörter oder eure gespräche auf die waagschale gelegt jedes einzelne wort und da ist viel widerstand dabei entstanden es kann auch zum streit gekommen sein höre ich jedenfalls der herz mensch ich höre es hat auch ich denke mal es ist beruflich sehr viel mit der öffentlichkeit zu tun hat einen sehr großen freundeskreis bekanntenkreis sagen sie mir ja und es kann durchaus sein liebe wagen dass eure geschichte heimlich abläuft ja also noch nichts offizielles ist muss aber nicht denn denkt dran es ist eine kollektivlegung deswegen kann es zu treffen oder auch nicht ja ich gebe euch jetzt weiter was mir die geistige welt alles durchsagt so euer thema an sich meine lieben ist diese hier und zwar ihr seht der leopard setzt zum sprung an auf dass er schneller zu seinem ziel kommt ja es ist aber der langmut das heißt auf der einen seite liebe wagen seid mutig zu riskieren doch auf der anderen seite weckt gut ab ob dieses risiko sich auch lohnt oder es nicht besser ist etwas geduldiger abzuwarten ich sehe liebe wagen wenn ihr an euren herz menschen denkt geht die sonne auf ihr seid nervös ihr habt schmetterlinge im bauch und ihr wollt etwas stabiles etwas festes etwas was wirklich ewig in der zukunft wert ihr bedeutet auch stabilität für euren herz menschen einige können vom herz menschen her auch betrogen worden sein oder der herz mensch betrügt seinen partner mit wunderbar es ist eure wunscherfüllung der herz mensch und ihr seid die wunscherfüllung eures herz menschens ja wenn ihr etwas geduldig zeit liebe wagen dann steht das alles unter einem guten stern das heißt mit dieser karte auch meine lieben das bedeutet fokussiert euch auf die liebe mit eurem herz menschen ja fokussiert euch nicht auf den mangel dass er gerade nicht da ist oder ihr keinen kontakt habt malt euch in euren wildesten und schönsten träumen aus wie es sein soll das ist die manifestation und ohne zweifel ja bitte liebe wagen glaubt an die liebe denn die liebe wie wir alles wie wir alle wissen ist die einzig wahre kraft im universum ich höre auch von der geistigen welt ihr kommt über enttäuschungen hinweg es lohnt sich zu warten sagen sie ich höre auch von euch für euch liebe wagen wenn ihr euch entschließt einen schritt vorwärts zu machen auf euren herz menschen zu wieder eine kontaktaufnahme wartet noch etwas ab es ist jetzt gerade momentan nicht der richtige zeitpunkt denn sie sagen mir euer herz mensch ist gerade introvertiert höre ich er blendet das aus die geschichte es klingelt am telefon das heißt bestätigung er blendet das aus um die um den schmerz nicht zu spüren meine lieben ja er möchte sich einfach nicht damit ja beschäftigen weil es ihm zu sehr ablenkt an euch zu denken ja ich sehe hier auch er ist vollkommen in sich zurückgezogen er hofft und wünscht aber er lässt es nicht er lässt seine gefühle nicht zu das heißt er ist momentan nicht in der lage auf euch zuzukommen ja so jetzt schauen wir im extended danach was er genau für euch empfindet was er fühlt meine lieben ein potenzielles outcome für die nahe zukunft mit euch beiden ja und ja was er möchte was seine größten wünsche mit euch sind ja wir sehen uns gleich im extended den link findet ihr unten in der bio box tschau